Quaschner, Torschütze zum Anzug. Hier sehen wir die Situation, als Hager fällt und Quaschner das clever macht, den Torwart umkurvt, dann locker das Torwart hier. Ja, war vielleicht nicht hundertprozentig sauber, aber ich finde, man kann es laufen lassen. Man kann es laufen lassen und Quaschner den Torschütze. Darum wird man sicher reden können über diese...